Vorhang auf und Manege frei für das preisgekrönte Duo Dimitri und Nancy Stauberti. Beide kommen aus einer tschechischen Zirkusfamilie und arbeiten seit drei Jahren zusammen an dieser Nummer. Dimitri führte diese vor ein paar Jahren noch mit seiner Schwester auf. Seit 2015 arbeitet er mit Nancy, seiner Nichte. Beide zählen heute zu den leistungsstärksten Artisten in dem sehr alten, aber nur noch selten gezeigten Genre der Perche-Artistik. Ihre nicht ungefährlichen Darbietungen erfordern sehr viel Talent und vor allem Übung. Der sogenannte Stauberti-Original-Trick ist einmalig. Dimitri balanciert die Stirnperche auf der freistehenden Leiter oder dem Einrad, während seine Partnerin Nancy am oberen schwankenden Stangenende Hand- und Kopfstände vorführt. Akrobatik auf ganz hohem Niveau. Musik 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 Die Zirkusnummer an der Pärchestange wurde präsentiert vom Duo Stauberti. Musik 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 Musik